Hallo Leute und Willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light 2. Wir haben uns jetzt hier noch ein bisschen auf dem Gelände umgeschaut. Ich denke mal dort unten zu der Elektrozaundemonstration müssen wir hingehen, damit wir jetzt weiterkommen. Wir können in der Zwischenzeit noch mal ganz kurz hier erkunden, was es hier noch zu sehen gibt von Weidenüberlebenden. Wir sind nämlich jetzt mal hier Prokur-mäßig. Oh shit! Da hat es uns ganz schön auf die Fresse gelegt hier. Wir haben aber eine Fähigkeit bekommen. Entweder fester Griff oder Aktivlandung. Verringt den Sturzschaden und Schwung bleibt erhalten. Wir müssen C drücken kurz bevor wir den Boden berühren. Dann werden wir das machen. So, wo ist der Kollege mit dem Elektrozaun hier? Ich... Alles in Ordnung? Nein! Sie wurde gegrillt! Die Ziege wurde gegrillt! Oh, gegrillte Ziege! Ich bin ein Idiot! W-was ist passiert? Ich muss die Spannung zu hoch berechnet haben. Siehst du? Ein Nichtsnutz. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fehler machen konnte. Ich habe dir gesagt, es ist Zeitverschwendung. Warum? Das glaube ich nicht. Das ist sehr, sehr... Es hat großes, äh... riesiges... Du meinst, es hat Potenzial. Potenzial, ja! Es könnte eine effektive Waffe sein. Eine Waffe? Es ist ein bewährtes Konzept. Wenn du es einfach auf eine Waffe anwendest, dann könnte es deine Chancen gegen verwandelte Kreaturen erhöhen. Die tapfere Ziege hat ihr Leben für die Wissenschaft geopfert. Genau. Das heißt, Abendessen für alle! Und für dich! Ich, äh, nehme dich als, äh, äh, und ernenne dich zum, äh, 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 Meisterhandwerker? Wirklich? Oh mein Gott! Vielen Dank! Vielen Dank! Wir sprechen später! Komm, Vincenzo! Ich weiß gar nicht, wie ich den... Oh nein! Hier! Nimm das! Wenn es nicht stark genug ist, komm einfach in meiner Meisterhandwerker-Werkstatt vorbei! Sicher, danke! Nur, pass da draußen auf dich auf, ja? Keine Sorge, Kumpel! Einmal gegrillte Ziege, bitte! Waffenmodifikationen! Zum Installieren eines Waffenmods benötigen Sie einen Entwurf, der erforderlichen Fertigungsteile und eine entsprechende Waffe. Überprüfen Sie die Anzahl der Mod-Slots auf dem Waffen-Symbol. Die besten Waffen verfügen über drei Slots, Griff, Schaft und Spitze. Verschiedene Mods passen in verschiedene Slots. Drücken Sie nun in I, um in den Inventar zu wechseln, wählen Sie eine passende Waffe aus und drücken Sie auf, um sie zu modifizieren. Okay. I... C... Was haben wir denn hier? Hemmstoff-Paket. Mal gucken. Achso, wo geht das? Wo weiß du? Au! Ach, das... ...gegrillte Ziege. Es gibt Gerüchte über einen verlorenen Garten... So, jetzt nehmen wir uns mit noch mehr... ...noch mehr Leuten, die wir treffen. Das sieht aus wie ein kleiner E-Book. Hm... Nicht. Ach komm. Ich... ...besst nicht. Wenn ich sterbe, möchte ich eingeäschert und auf der Straße verstreut werden. Ich sag dir was. Nimm mir bitte nicht übel. Du bist besser als die meisten Männer, die ich kenne. Naja... ...du bist schon... ...du... ...denke... Es wäre auch äußerst hilfreich, wenn sie mir sagen würden... ...wo ich die Leute hier treffen kann. Aber welche Leute ich besser gesagt... ...treffen sollte? Was ist nicht wichtig? Einige biologische Anführer... ...können einfach so. Gret um... ...ich habe ich das mehrere Male gesagt... ...280. Sein Auto, mit einem Klinik... ...und... ...und, als ich weiß, dass etwa kam... ... aber bei dir... Ich muss da mal wieder rein. Kann irgendjemanden noch... Irgendjemanden treffen? Die Frage ist halt bloß... Wem? Das ist doch gar keiner mehr. Hm. Das ist natürlich mehr 10. Rätsel. Rätsel. Hm. Soll... So ein komisches... ...die ist da dran hängen. So ist er mir ja letztens... ...die ist schon gar nicht mehr weh. Ja! Weißt du schon, was du dieses Jahr mit dem Getreide geschützt? Ja! Ja! Verkauf ich den Wettbewerblich. Ah! Ach! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aiden, wie geht's dir? Kommst du zurecht in der Stadt? Ah, Hitze! Was macht denn der Kollege hier? Wo treffen wir uns? Wir treffen uns... Was ist mit einer U-Bahn? Müssen wir jetzt wirklich aus Steck laufen, damit wir... So ein Scheiß... Die Leute beschweren sich nicht mehr ab. Wir sind in den Prozessanz und in den... Die Leute beschweren sich nicht mehr ab. Was macht hier? Oh Gott... Irgendwo auf dem Dach... Von der U-Bahn lässt sich treffen... Was ist das dort oben? Ja, genau... Hier haben wir noch... Ist das denn unser... Nee... Noch erst mal die Hauptquell... Das müssen wir noch ein bisschen üben mit den... Fallen... Fallen... Oh... Von der Spiele... Honig, Kanäle und Pilze uns organisieren... Hier... Sind wir hier noch Pilze auf der... Rückseite. Aus. Naja, das hat sich doch gelohnt. Servus. Du bist ein besserer Kletterer als dieses verrückte Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, denn wie ein Ziehturm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Also haben die PKs in der Stadt das sagen? Zumindest glauben sie das. Deshalb brauchen sie auch die Uniform und Rangabzeichen. Sie tätowieren sich. Sie sind total besessen von Hierarchie. Aber sie kontrollieren die Stadt nicht. Zumindest nicht vollständig. Wer kontrolliert den Rest? Der Colonel. Die Abtrünnigen. Du wirst sie hier nicht antreffen. Vorerst. Also hast du mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen. Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja. Dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also könnten wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte. Aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Leg dich besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Da sind weniger Infizierte in den Tunnel. Okay, dann gehen wir heilschlafen. Harkon, da ist eine Kreatur, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wie sieht sie aus? Groß ist sie nicht, aber extrem schnell. Ist wohl ein Flüchter. Die haben oft interessanten Kram dabei. Aber um einen von denen zu erwischen, musst du jagen können. Ist jetzt keine gute Zeit für sowas, Aiden. Geh zu den Tunneln. Da ist ein Flüchter. Zeit jetzt wieder schlack müssen sie mir Was ist das? Was? Tadaa Oh Was ist denn was für den Lüftungschacht? Was ist denn was für den Lüftungschacht? Wo wir jetzt hier rauskommen Wir müssen jetzt die Lüftungschacht Was ist denn was für den Lüftungschacht? Wo wir jetzt hier rauskommen? Was ist denn was für den Lüftungschacht? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin im Tunnel. Okay, und halte die Augen nach Infizierten offen. Da könnten ein paar sein, oder ein paar Dutzend. Ich bin schon in der PK-Basis. Ich werfe eine UV-Fackel durch den Düftungsschacht und du schaust, wie wir zur Hauptstation kommen. Ich bin schon in der Nähe des ZDF, 2020 Ich bin schon in der Nähe des ZDF, 2020 Ich bin schon in der Nähe des ZDF, 2020 Ich bin schon in der Nähe des ZDF, 2020 Ich bin schon in der Nähe des ZDF, 2020 Ich bin schon in der Nähe des ZDF, 2020 Ich bin schon in der Nähe des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Lauftritt Nehme mal das Ich hab gerade den Nahlegings gekriegt 18 So So Leute, ich würd sagen Vielen Dank fürs Zuschauen In dem nächsten Fall, wenn wir uns jetzt hier in das In das U-Bahn-System weiter Fortfahren Die O-Volombe geht ja nicht mehr Genau, wenn wir weiter fortfahren Und vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Macht's gut Leute Ciao 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 Ciao